Mh mh Ha 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 Ja, gut Wir, das sind ich, Fäkali und Datmus Werden uns nun auf die gefährliche Suche nach dem Garstikus begeben Scheiße, das ist Jetzt Ich habe ein Lockmittel für den Garstikus Denn der Garstikus steht auf vertrocknete Pizza-Dinger Das ist der Beweis Der Garstikus muss sich in diesem Gebäude befinden Und wir werden jetzt das Risiko eingehen Den Garstikus Zu begegnen Wir befinden uns jetzt direkt auf dem Weg zum Garstikus Es wird ein steiniger, beschwerlicher Weg Und wir müssen aus der Hut sein Ich bitte auch die Die bisschen schwachere Nerven haben Die jetzt sich Ihr Gemüt zu beruhigen Beziehungsweise abzuhalten Und das ist nicht schwachere Nerven Das Wort er weiß nicht Man hört schon Die grauenhaften Geräusche Des Garstikus Es ist ein grauenhaftes Monster Des leben wir hier erforschen wollen Aber Fäcadion-Daten sind sich nicht zu schade Ein Risiko für euch Unseren Fans einzuziehen Noch eine Treppe Und dann guckert sich das Herz Noch eine Treppe Und dann haben wir ihn Der Garstikus Wir müssen uns jetzt ganz ruhig verhalten Garstikus Vielleicht teilzunehmen Wir müssen uns jetzt ganz ruhig verhalten Geschwissen Wurz Die haben uns Was ganz erschaunlich ist Ein ganzes Rudel von Dörsten Die müssen ganz ruhig sein Sie sind gerade bei Pahrungsverhalten Da gehts schon mehr 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 Das gehts schon mehr Ich bin fertig! Es ist so gehalten! Ich bin fertig! Ich merke mich nicht! Aber wie mehr sie sein Gostik ist? Mehr mehr hängen! Wir haben den Gostik rausgefunden! Habt ihr gar nicht? Hör mal, hör mal! Bäh! Wir haben den Gostik rausgefunden! Habt ihr gar nicht? Und nun ist es soweit! Garstikus, wie er lebt und lebt. Es schöpft für die Kalle. Mr. Garstikus, wie kommt es dazu, dass Sie so garstisch sind? Deswegen! Der Garstikus, warum... Der Grund, warum Sie so garstisch sind, ist der Grund. Ich bin die Kruste und du bist komplett. Jawohl. Und ja, ich bin so garstisch, weil ich immer aufs Gesicht falle. Siehst du, so ist das. Das ist doof, ja. Das müssen wir auch in betrunkenen Zustand machen. Jetzt macht das gar keinen Spaß. Schau mal, wie er an dem Bildschirm linzelt. Nein, das ist eine Pracht. Machst jetzt alles hier. Dann muss ich mich da mächtigen Kelle anlegen. Ja, will ich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020